Und dann so tun, als wäre man Brudo Maas oder was auch immer. Jetzt kommt Thomas Michael Stein. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ja, das meine ich aber auch. Aber wir sind alle tagsicher. Sag erst, was du machst. Udo Jürgens, 66 Jahre. Ja, bin schon. Udo, guckt von oben zu. Dankeschön. Playback ab, Blipzünd, Teil 2, Thomas als Udo. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst ein Ender bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nehm dich hin. Das fühl ich äußerst lässig, das war das mir auch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und lache, weil es er blüht. Und wenn mich die Leute entrüstet auf den Stein, dann sagen meine Lieben, wir sind zu Ende. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß damit. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66, ich stehst nur lang noch nichts los. Ich brauche mir noch so. Gut. Echt. Macht ihr so was Spaß, oder kommst du dir nicht mehr vor? Ich komme mir ziemlich blöd vor, aber mach doch nicht. Das ist Spaß. Du wirst dich selber amüsieren und sich gewollt zum Drops machen, oder? Ja, das ist so cool, wenn man es wirklich nippsingt, dass sie...